Wir können schon heute das neue Wall-Stars-Piraten-Update spielen, mit den neuen Skins, dem neuen Modus Geschenkeraub und viel mehr. Let's go! Unterstützen mich ab jetzt mit dem Creator Code in Wall-Stars. Dafür müsst du ganz rechts in den Shop gehen und meinen Code Jojonas eintragen und mich damit eben kostenlos unterstützen. Vielen Dank! Hey Leute, heute mal ein ganz besonderes Video. Und zwar sind wir heute auf dem Entwickler-Account und können damit schon vor allen anderen eben das neue Piraten-Update spielen. Das heißt, wir schauen uns heute die neuen Skins für Poco, für Cold und eben auch für Carl an. Dazu haben wir eben einen neuen Modus Geschenkeraub, den wir auch vor allen anderen spielen können. Und zwar gegen Big Spin, also auch nicht gegen andere Bots, sondern auch im richtigen Duell gegen einen anderen YouTuber. Wird auch extrem spannend, wenn wir noch gespannt werden, was sich da durchsetzen wird. Und wir haben eben das komplett neue Design mit dem komplett neuen Devil Shift zum Beispiel oder eben auch einen komplett neuen Chat-Modus. Würde ich sagen, es ist das erste Video von insgesamt drei Videos, die wir vor dem Update noch rausbringen werden. Also in den nächsten Tagen wird noch Gameplay zu den neuen Brawlern folgen. Würde ich sagen, wenn ihr das Ganze supporten würdet, würde ich mich sehr freuen. Über ein Like oder eben auch ein Abo dalassen, wenn ihr neu dabei seid. Und ich würde sagen, euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Beginnen wir jetzt hier direkt mit den neuen Skins und kommen damit direkt zu Corsa Cold. An der Stelle, ich bewerte die Skins immer von 1 bis 10, also 1 schlecht bis 10 sehr gut. Und ich würde sagen, diesem Skin würde ich von 10 möglichen Punkten so ungefähr 5 geben. Würde ich sagen, wir schauen es erstmal direkt an. Können auch gerne eure Meinung zu einem Skin in die Kommentare schreiben. An sich ist eben einfach so ein Piraten-Cold, der eben auch ganz besondere Kanonenkugeln, oder nicht Kanonenkugeln, etwas dickere Kugeln verschießt. Sieht man eben hier, die Kugeln sehen auch etwas krasser aus, was man wirklich sagen. Und wir können auch mal die Ulti gerade hier ausprobieren. Die Ulti sieht natürlich auch extrem nah aus, kann natürlich auch durch die Wände hindurch schießen. Können wir uns das mal hier anschauen. Sieht genauestens hier so aus, sieht extrem krass auf jeden Fall aus. Im Deck wieder die nächste Ulti, können wir wieder drauf Ulten und muss wirklich sagen, dass ich den Skin insgesamt ziemlich gelungen finde. Aber mir ist er eben noch etwas zu ähnlich zum normalen Cold. Deswegen, wie gesagt, 5 von 10 Punkten. Würde ich sagen, wir machen jetzt hier direkt weiter nach Corsa Cold. Natürlich jetzt hier noch zwei weiteren Skins, die ich euch heute schon zeigen darf. Die nächsten neuen Warland-Skins werden, wie gesagt, in den nächsten Tagen folgen. Wir machen weiter mit Poco. Die hat jetzt hier noch keinen Namen, da steht nur Highlighter dabei. Also ich glaube leider, dass man Poco eben noch keinen Namen dazu gefunden hat bei einem Skin. An sich eben Poco einfach als Piratenhelfer praktisch eben mit, statt der Gitarre, mit einem Besen in der Hand. Den Skin finde ich von der Idee ja schon mal ziemlich nice und jetzt bin ich sehr gespannt, wie das Ganze eben jetzt hier in Game aussehen wird. Würde ich sagen, wir starten hier rein. Können jetzt erstmal den Skin gerade anschauen. Vor allem die Piraten-Mütze sieht eigentlich ganz nice aus. Und sehen eben, dass der Angriff leider, leider total normal aussieht. Also leider ist es kein spezieller Angriff, der irgendwie auf das Piraten-Thema angepasst ist. Und die Ulti? Ja, auch die Ulti ist leider relativ normal. Deswegen würde ich sagen, gebe ich dem Skin auch mal so eine 5 von 10. Ist auch eher so mittelmäßig, würde ich sagen. Die Idee an, finde ich ziemlich geil. Aber das Problem ist eher, dass eben die Angriffe leider normal aussehen. Und zwar, wir haben jetzt hier Kapitän Karl. Also rein von der Grundidee her, dass er eben so ein Piraten-Schiff hat, auf dem er eben schwebt. Und einfach so ein Kapitän mit einem Anker in der Hand ist, finde ich schon mal ultra geil. Jetzt sollen wir natürlich alle gespannt sein, wie sieht der Kapitän Karl jetzt natürlich in Game aus. Jetzt, let's go. Wir starten rein, das allererste Mal mit Kapitän Karl. Und wir sehen jetzt hier, dass er eben solche Angriffe macht, solche speziellen. Und zwar, wirft er einen Anker? Okay, das ist schon ultra geil. Also man sieht, der Angriff ist eben nicht die Spitzhacke. Sondern ich glaube, es sollte so eine Art Anker sein. Du könntest mal seine Ulti anschauen. Wie sieht jetzt die Ulti von Kapitän Karl aus? Aber da seht euch das an, wie geil es einfach aussieht, dass man überhaupt schon auf so ein Schiff steuern kann. Das ist so eine Galerie. Also das sieht halt schon mal ultra geil aus. Und jetzt würde ich sagen, wir schauen jetzt hier rein. Und wir sehen eben die Achse. Also die Attacke sieht relativ gleich aus. Aber man sieht halt eben vor allem, dass es halt einfach ultra geil aussieht, wie man mit diesem Schiff von Kapitän Karl einfach über die Map steuern kann. Finde ich extrem geil. Und von mir persönlich gibt dieser Skin von 10 möglichen Punkten, würde ich sagen, eine 8. Also 8 von 10 Punkten, würde ich sagen. Hier schauen wir uns auf jeden Fall jetzt hier nochmal den neuen Chat an. Und zwar könnt ihr jetzt inzwischen einfach mal einfach hier Emotes in den Chat reinschicken. Können wir hier einfach mal machen. Oder eben vorgefertigte Sätze im Chat reinschicken. Zum Beispiel hier muss los oder viel Spaß. Oder zum Beispiel auch Hi oder auch Danke schreiben. Sprich, ihr könnt einfach verschiedene Nachrichten schreiben, um mit dem anderen zu kommunizieren. Problem ist aber dafür, ihr könnt nicht mal selber entscheiden, was ihr reinschreiben wollt. Also ihr könnt frei keine Textnachrichten mehr schreiben. Dafür könnt ihr zum Beispiel auch sagen, einfach hier, welchen Border der andere nehmen soll. Können wir zum Beispiel hier gerade machen. Das wird jetzt hier einfach mal hier zum Beispiel für Big Spin sagen wir, ich hätte mal vorschlagen, dass er eben Nita nehmen soll. Dann könnt ihr eben hier sehen, kann man dem anderen vorschlagen, welchen Border er nehmen soll. Oder man kann zum Beispiel eben auch so machen, dass man dem anderen auch Shura Spielmodi vorschlagen darf. Zum Beispiel jetzt, wenn hier Big Spin einfach mal auf den Spielmodi draufgehen würde, kann man eben zum Beispiel hier sehen, dass ich zum Beispiel Geschenkraub wünsche. Sprich, man kann eben so kommunizieren, obwohl man eben keine richtigen Texte mehr schicken kann. Ist auf jeden Fall ganz gut und ist eben eine völlig neue Art zu kommunizieren. So, wir stellen uns hier auf jeden Fall rein in meine allererste Runde Geschenkraub. Ich habe jetzt hier Cold genommen und Big Spin hat jetzt hier auf jeden Fall den Captain Carl genommen. Captain Carl, ja. Mal schauen, wie es jetzt hier damit laufen wird. So, wir gucken mal. Also ich... Versuche jetzt mal... Was macht dein Bot da? Was macht dein Bot da? Ja, der Bot ist los. Ja, let's go. Nein, nein. Oh mein Gott, das ist wieder alles weggekillt. Oh mein Gott, das sieht gut aus. Let's go, ich glaube, wir haben... Aber wo ist mein... Was macht mein Bot? Wo ist mein Bot? Warte, wo ist dein Bot? Hä? Hol das Geschenk. Was macht der da? Warte, nee, nee, hey! Der hat sich geholt! Jonas, da hat der Bot! Was hat er denn gemacht? Der war doch alleine da. Hol doch einfach das Geschenk. Wie los. Ganz... Wo ist das Geschenk jetzt von euch? Ich glaube, wo ist euer Geschenk? Wo ist euer Geschenk? Ja, ich habe mich auch gerade gefragt. Euer Geschenk ist weg! Oh nein, verstehe... Oh mein Gott, das kann ich... Oh mein Gott, das ist absolut los. So läuft der Hasel nicht. Nein! Das Geschenk ist noch da. Ihr könnt es noch schaffen. Eine Minute 40 noch. Kommt, Botzen, lauft doch hin! Oh mein Gott, ja, ja, ja! Ah, ich bin der Rollbar, Karl, komm! Nein, 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 nein. Oh mein Gott, meine Bots machen halt einfach gar nicht. Siehst du das? Die sind einfach stehen geblieben. Oh mein Gott, meine Bots sind einfach bad. Meine Bots sind einfach bad, alter. Ey, das ist so unfair, wenn die Bots die ganzen Mädchen scheiden. Es war 0-2 direkt. Ja, 0-2 direkt. Das war aber nur wegen der Bots eigentlich. So, wir schalten jetzt hier auf jeden Fall rein in meine zweite Geschenk-Grab-Runde. Diesmal mit Poco. Poco auf jeden Fall jetzt hier mit dem neuen Skin, mit dem Besen auf jeden Fall in der Hand. Sehr passend, würde ich sagen. Hat was. Ja. Oh je, ich will jetzt echt nichts sagen. Meine Bots laufen direkt wieder instant komplett rein. Ist ja echt, sondern die Bots, die Bots, die waren komplett unnäher wieder. Aber, ja, oh, Jonas. Nee, ich konnte nicht. Schade. Ja, das war alles in die Luft. Na, die Ulti war gar nicht mal so schlecht zum Bot, hätte ich gesagt. Schneidet er mir den Weg ab, ja. Das war gut. Ja, das überleben die Bots mal ein bisschen. Das Ding ist, ich will auch die ganze Zeit offensiv reingehen, aber irgendwie wird das auch nichts. Oh mein Gott, die Penny da rauf. Okay. Mein Bot? Nein, ich habe Heal gedrückt. Ich habe Heal gedrückt. Was? Bot. Okay. Let's go. So wünsche ich mir das. Genauso stelle ich mir das vor. Ist er gerade einfach weggestorben? Ja, ist er. Oh mein Gott, Alter. Okay. Da kommt der andere Bot, okay. Okay, den Weg. Was machen denn Bots da? Die stehen ja nur rum. Das kann man ja auch niemand erzählen, dass die einfach nur so rumstehen. Ja, die Bots sind mal wieder richtig los. Ja, komm, und jetzt, guck mal. Die haben mich null supported. Die haben mich null... Seht ihr das an. Das ist halt so lächerlich, wirklich. Das ist her. Also... Die haben mich null unterstützt. Das Spiel ist natürlich echt krass mit den... Also, man muss sagen, mit den Bots, ne? Ist natürlich eine ganz andere Spielerfahrung als normal. Ist keine Frage. Das ist ein ganz krasser... Ja, das kann man so sagen. Das ist eine ganz andere Spielerfahrung. Ja, kann man so ausdrücken. Ja, ich meine, man kann es nicht vergleichen. Man kann es nicht vergleichen, als wenn man da normal spielt. Das ist schon was ganz anderes. Unterschieb Pitako Nacht. Deswegen... Pass. Pass. Nein, nein. Er macht nichts. Er wird einfach stehen. Seht ihr das wieder? Ey, meine Bots schlafen einfach. Das ist unglaublich. Also... Ja. Oh shit. Oh mein Gott, weg. Nein. Oh, ja. Let's go. Oh mein Gott. Nein, ich habe wieder verkackt. Ne, ne, ne. Da ist nichts zu machen. Meine Bots sind wieder absolut... Nein, ich unterstütze mich gar nicht. Wir machen auch vier Sekunden. Deine Bots sind einfach so... Oh nein. Ich müsste irgendwie reinlaufen, aber... Ne, es laufen deine Bots einfach rein. Ich kann auch nicht alles allein. Meine Bots haben auch gefühlt einfach Lecks, Alter. Das ist gefühlt... Gefühlt, der kommt jetzt rein. Was macht ihr da? Hallo, ich bin's. Oh, oh, ne, ne. Ja, sehr gute Ulti. Gar nicht, muss ich vielleicht verlieren. Frieden, 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 Frieden. Oh mein Gott, let's go. Was? Nein. Nein, nein. Das war's. Keine Chance. Das kann doch nicht wahr sein. Deine Bots sind gekauft. Meine Bots sind echt gekauft. Und die haben ich im Sonderangebot erworben, hab ich sie. Let's go. Oh mein Gott, äh. Also, vorne ist es irgendwie noch besser, dass die Bots noch gescheit gespielt haben, aber jetzt... Ja, ich hab's gesagt, jetzt ist also gerade irgendwie tatsächlich meine Bots sind broken und deine irgendwie... So. So, wir springen jetzt hier auf jeden Fall rein in die letzte Runde Geschenkraub. Und ihr wisst, Leute, ich muss es wenigstens auch einmal heute gewinnen. Und ich würde sagen, das muss jetzt echt meine Runde werden. Mal schauen. Wir gucken mal. Hauptsache meine Bots carry mal. Ein bisschen mehr. Ah, du hast Karl. Karl ist ein geiler Roller auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Machen wir bisher keinen schlechten Sock? Ja, das ist schon mal nicht bad auf jeden Fall. Jetzt kann ich hier vielleicht sogar schon mal versuchen, das Geschenk zu holen. Geht auch das Geschenk? Wo seid ihr? Ich habe... Nee, ich hab's nicht geschafft. Ich muss kurz den Typ... Oh mein Gott. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ja. Woll. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Jawoll, jetzt hole ich es. Jetzt hole ich es noch. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Das muss ich verhindern. Das muss ich verhindern. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Da bist du schon wieder. Nein, nein, nein. Das war ein bisschen schnell. Das war zu aggressiv. Man darf halt auch nicht so aggressiv reingehen. Ich weiß, das bringt auch irgendwie gar nichts. Oh, jetzt überrennt ihr mich. Nein. Jetzt halt die Station von Dings, ne? Von... Ach, bitte. Das ist halt echt hässlich jetzt für uns. Oh mein Gott, was... Das war die Terra-Ulti auch noch... Oh, Alter, ja! Hä? Was ist das denn? Wie kann das denn sein? Okay. Okay, jetzt eins. Oh, jetzt willst du mich ja rasieren, du schaffst es auch. Ja, jetzt gehe ich rein, jetzt gehe ich rein. Let's go. Oh, jetzt sieht es nicht gut für uns aus. Oh mein Gott, jetzt muss ich... Spawn, Spawn mit mir. Oh mein Gott. Meck, ich gewinne. Let's go. Nein! Keine Geschenke für dich dieses Jahr. Das war's. Oh mein Gott. Jawoll! Einmal noch gewonnen für die Ehre. Sehr, sehr geil. Oh mein Gott. Würde ich sagen, soviel zum heutigen Video. Also insgesamt, mein Gesamtfazit, die Skins sind eigentlich ziemlich krass. Am besten wäre der Kapitän-Skin auf jeden Fall gefallen. Die anderen Skins sind auf jeden Fall ganz nice gewesen. Was sagt ihr auf jeden Fall zu dem neuen Spielmodus, Geschenke raub? Hat mir persönlich extrem gut gefallen. Also unglaublich spaßig, extrem spannend und vor allem ziemlich offener Spielmodus, wo auch eben sehr viel passieren kann. Und ansonsten natürlich sind wir jetzt noch sehr gespannt auf die neuen Baller, zu denen ich in den nächsten Tagen dann hoffentlich noch ein Video machen werden kann. Und ja, würde ich sagen, wenn ihr neu dabei seid, lasst gerne ein Abo da, um eben auch noch die weiteren Entwickler-Account-Videos nicht zu verpassen. Wenn ihr Updates eben auch schon vorher sehen wollt, kriegt ihr eben bei mir immer die Informationen. Und ansonsten könnt ihr auch gerne im Abstand vorbeischauen. Und nochmal vielen Dank an Bixin fürs Mitmachen. Da ist nochmal Bixins Video verlinkt. Und ja, ciao!